Für Länder wie Afrika zum Beispiel, die genau in dieser Übergangsphase, in der wir uns ja befinden, auch noch neue Investitionen benötigen. Länder wie Afrika, Länder wie Nordamerika, bitte, das darf nicht passieren. Das ist ein Lapsus wirklich wie aus der Kolonialzeit. Ich habe neulich mal geschrieben, der Kanzler geht manchmal so ein bisschen um, so wie auf einer Kokosinsel. So hat der Söder neulich die Staatsmänner empfangen in Bayern mit lauter Trachten, Dingsbums und sah aus, als wenn der Kaiser kommt auf eine Kokosnussinsel. Und das war jetzt wirklich Kokosnussinsel, das war Kolonialzeit, Länder wie Afrika. Hallo, das ist ein Kontinent, das ist ein Riesenkontinent, da sind so viele Länder, so viele unterschiedliche Kulturen. Und das darf einem eigentlich nicht passieren, Länder wie Afrika. Das ist fast wie Donald Trump, aber der hat nur Länder und Hauptstädte verwechselt, nicht gleich ganze Kontinenten mit Ländern.